Are you ready for, ready for. Ohohohohohohoho. Hallo Sabine! Hallo Sabine. Ich erkläre erstmal mal ganz kurz die Regel. Wenn wir wissen was passiert. Die Buntstiftwette. Guck mal. Jeder kriegt ne Karte hier. Bitteschön. Klar sieh du auch. Jetzt macht der Matthias Fickfors schon deinen Job? Der alte Arschfalter. Du, ich erkläre was passiert. Sabine wird gleich auf ihren Kopfhörern Songs hören. Diese Songs hören wir nicht, die hört nur Sabine. Sabine wird diese Songs nach bestem Wissen und Gehwissen wiedergeben. Das heißt, wir kriegen ein Medley aus dem, was Sabine glaubt, was es ist und dem aktuellen Song. Und müssen erraten, welcher Song aus dem Jahr 2014 es ist. Okay? Sehr gerne. Okay, dann würde ich mal sagen, Sabine, Song ab, bitte. So, danke schön. Darf ich mir einen Joker nehmen? Nein. Nein, 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 nein. Nichts sagen, bitte, bitte. So, sag mal, was hast du aufgeschrieben? I meant to you, but that's great! Weißt du nix? Nix. Du? Ich hab auch nix, ne? Du hast ... Moment. Aso ... Okay, also ... Uli streit, ich hab auch was ... Titel Musik aus Tarzahn Teil 3. Na guck mal, ich hab aufgeschrieben und damit bin ich vielleicht, sagen wir mal den Punkt am nächsten, weil ich glaube, die richtige Künstlerin zu haben, ich weiß nicht, wie das Lied heißt, aber ich glaube, die richtige Künstlerin zu haben, ich sage, Sia war das. Warte, warte. Du darfst wieder mitsingen, jetzt kommt erst mal das Originallied, ganz in laut, bitte sehr. Das war, sagen wir mal, am zweitnächsten dran, ich würde dir aus Höflichkeit einen halben Punkt geben. Ich hab einen, du hast eine halbe, die haben keine. Besser als Dortmund wahrscheinlich. Ja, hier, Joko Winterscheidt und Matthias, Matti, Schrottvogel, Schweinkelkopf. Schrottvogel? Schrottvogel? Schrotti. Ja, Schrotti. Ich hab einen Kumpel da, ist Schrotti. Was ist das heute eigentlich mit diesen Namen die ganze Zeit? Was habt ihr euch eigentlich da aus? Scheiße, an dieser Stelle sind wir aufgeflogen. Das war die Auflösung. Ah, super. Er hat's mitbekommen. Er hat's mitbekommen. Du hast hiermit ein Spiel beendet. Du hast hiermit, das muss man sagen, dem Weizgehalt dieser Regeln, muss man jetzt auf Folge leisten. Du hast hiermit das Spiel aufgedeckt. Wir haben gegeneinander, Olli hat auch mitgespielt, dir die ganze Zeit Spitznamen gegeben. Obszöne Spitznamen zwei Punkte, normale Spitznamen ein Punkt. Und Matthias, nicht schlecht, hat bisschen gedauert, aber du bist und bleibst mein liebster Pfeifenheinrich. Das ist ja auch unerschön. Erzähl nicht mehr. Erzähl nicht mehr. Oh, ich mag deinen Sportsgeist. Einen Pfeifenheinrich müssen wir leider abziehen. Danke. Wir müssen weiterspielen. Was? Achso. Weil Sabine steht in den Startlöchern. Die ganze Zeit schon taub so. Ja, ja, da eben. Wenn die Dinger auf und so, dann wird der Irre irgendwann. Deswegen sagen wir, wir spielen es weiter und los geht's. I can still be inside and down, what I do. Say what? We, 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 we. Doodle dodo! Doodle do do, do do do! Just a little bit, donyt do! Had a leg, had a leg, can but that chock. Boat that chock, they don't let down. They're on links. I'm κι tat distractive, didantい It boots, Delight. So, na, habt das? Ja. Was? Ich weiß es. Lass ihn da nicht drauf gucken. Ich hab vorher bei ihm geguckt, er hat was anderes. Der Titelsong von Spongebob. Tief unten im Meer, oder? Ich kannte ihn nicht. Ich hab am Wochenende geguckt, da war der zu lang unter der Sonnenbank. Das war auch geil. Okay, was hast du? Das Einzige, was ich verstanden habe, war Dingle It Down oder Poodle Light. Poodle Light. Was ist die Band, was ist der Song? Die Songs kommen nicht bekannt vor. Aber Dingle It Down find ich... Dingle It Down ist ein guter Titel. Was glaubst du denn du? Ich hab immer verstanden, Derrick, Derrick, Derrick. Soll ich irgendwas sagen, was der Song war? Ja. Mir fällt schon wieder, jetzt fällt mir der Künstler nicht ein, aber es war der Song, den du eingespielt hast, als du hier dein Sofa beleuchtet hast, als Weltmeister. Es war dieser Hip-Hop-Song Wiggle Wiggle. Oder wie der heißt, oder? Also... Wiggle Wiggle. Was? Wiggle Wiggle. Ich weiß nicht, wie das wirklich heißt. Wiggle Wiggle. Wenn's Wiggle Wiggle ist, würde ich's gelten lassen, aber... Wiggle Wiggle. Also, sie hat gefif였습니다. Ja, es gibt keinen Song wo du... Gibt's keinen Song sonst? Jason Derulo und Snoop Dogg. Jason Derulo und Snoop Dogg. Jason Derulo und Snoop Dogg, was? Wer? River Quiem Arsch. Was ist das denn? Jason Derulo und Snoop Dogg? Gipfoffener, äh...Hit. Könnt ihr euch hier hinsetzen? Hättest du es wieder erraten? Gar nicht wahr. Wirklich? Ja? Komm her, setz dich mit. Er weiß alles. Haben wir ein Mikrofon für... Jetzt geh mal raus. Nein, nein, nein. Das tut uns. Guten Tag. Mein Name ist Joko, Julian. Hallo. Matthias. Hallo. 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 Robert Lewandowski. Robert Lewandowski. Haben wir ein Handmikro für den... Julian warst, richtig? Julian, ja. Julian, herzlich willkommen. Du spielst jetzt mit für Matthias und mich. Dann gewinnt er doch. Zu dritt? Naja, komm. Du liegst ja schon zwei... Sag mal, was machst du denn hier, Matthias? Entschuldigung. Könnt ihr euch jetzt trotzdem mal beruhigen, ihr verrückten Hühner? So, wir müssen jetzt nicht weitermachen. So. Meine Damen und Herren. Sabine, äh, äh, turn it on. Das Schweigen der Lämme. Sing mit P. One more street. Rock me on my party. Doodle song. Doodle song. Doodle song. Rock me on my party. Rock me on my party. Doodle song. Doodle song. Doodle song. Warte, du bist so, sonst guckt das ab. Der Klas kommt sonst weg. Doodle song. So ein Team eigentlich, ne? So ein Team. So ein Team. So ein Team. Du hast ja keine Zeit. Nur die alten Noa, du. Alte Musik, irgendwas stehen geblieben. So. So. Was hast du? Du weisest nicht. Ist egal, ich habe trotzdem drei, einen halben, ihr habt jetzt vermutlich einen. Is it money on my mind, Sam Smith, dürfen wir einmal bitte reinhören? Julian! Alles klar. Julian, dass du mitgemacht hast. So meine Damen und Herren, würde ich sagen, einige wurden doch unentschieden, oder? Ist okay. Es ist unentschieden und das war Sabine, das längste Hitze auf 2014.